Jeder und jede Arbeitslose mit Anspruch auf Taggeld von der Arbeitslosenversicherung ist automatisch bei der Suva gegen Unfälle versichert. Wenn Sie während der Arbeitslosigkeit einen Unfall haben, melden Sie sich so rasch wie möglich bei der Arbeitslosenkasse und bei Ihrem RAF-Berater. Denn je schneller Sie Ihren Unfall melden, desto früher erhalten Sie die Leistungen der Suva. Die Suva übernimmt bei einem Unfall die Heilkosten. Solange Sie wegen des Unfalls arbeitsunfähig sind, erhalten Sie anstelle des Taggeldes der Arbeitslosenversicherung ein Taggeld der Suva. Dies hat eine Änderung auf Ihrer Abrechnung zur Folge. Die Arbeitslosenversicherung zahlt jeweils für fünf Tage pro Woche das Taggeld aus. Nach einem Unfall erhalten Sie das Taggeld der Suva auf sieben Tage der Woche aufgeteilt. Der ausbezahlte Betrag bleibt also über das ganze Jahr gesehen gleich hoch. Voraussetzung für das Taggeld ist das regelmäßige Zusenden des Unfallscheins an die Suva. Falls Sie ausgesteuert werden, endet der Versicherungsschutz der Suva nach 30 Tagen. In diesen 30 Tagen können Sie den Versicherungsschutz um bis zu sechs Monate verlängern. Am einfachsten schließen Sie diese Versicherung direkt auf www.suva.ch-abredeversicherung ab. Das Allerwichtigste jedoch ist, melden Sie sich nach einem Unfall sofort bei der Arbeitslosenkasse und bei Ihrem RAF-Berater. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.suva.ch-uval. www.suva.ch-abredeversicherung.